Dr. Böhl sieht mich. Jetzt bleibt doch mal stehen. Danke. Hui. Oh, ich hab mich raufgelutscht. Ich glaube, die 36 Muni macht wirklich mehr Schaden. Das war nicht mal ein Magazin, ich hab noch 7 Schuss übrig. 2 Brustschüsse, ein paar auf andere Zombies und der Rest Headshots. Gib mir mal auf, Jum. Hell, du L3. Ja, warte. Ich verabreiche dem Stein Morphium. Das musst du dir mal ansehen, Alter. Man ist ja gar nicht mal so schlecht von hier aus, ob die zwei müssen. Na gut, die da hinten holt man nicht. Hast du noch einen Morphium? Nein. Hier, guck mal. Das musst du sehen, das ist geil. Pass auf. Hui. Nein. Nein. Diesmal hab ich mir nicht hier weiter gebrochen. Komm, noch einmal. Mal sehen, ob ich noch nicht sterbe. Tolle Spiele, tolle Spiele, tolle Spiele. Tolle Spiele. Hey, Dr. Hitler ist neu gespawnt. Dr. Hitler ist neu gespawnt. Aber warte was. Ach, man, jetzt klettert er hoch. Junge. Pass auf. Ich bin Mr. Superman. Hey, du guckst da gar nicht. Jetzt. Hey Dorian, komm mal gucken. Ey. Dann freust du dich auch wieder. Guck mal, hier um, wow, wow. Hier auf den Stein. Wenn er sich jetzt mal die Eier bricht, dann wirst du dich sowieso gebrochen werden. Ja, gebrochen! Ich hab keine Patagen mehr. Ich schlängel mich jetzt davon. Schlingel, 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 schlingel. Das Knackgeräusch ist zu geil. Komm, jetzt seid ihr dran. Jetzt müsst ihr mindestens einmal da runter springen. Oh, Mann ey. Ich pull erstmal Dr. Hitler. Und noch einmal Morphian, bitte. Einer. Will ich nicht. Ich guck dir zu. Warte, vielleicht treff ich ihn. Komm jetzt in meinem Haus, dann geb ich dir Morphian. Ne, Dorian ist glaub ich schon dabei. Das mein ich aber eher im arschigen Sinne. Weil du ja ganz schön lange gebrochen würdest. So, jetzt seid ihr dran. Jetzt müsst ihr einmal runterspringen. Ich glaub's auch. Nein, ehrlich jetzt. Hoppala. Einmal so runterspringen, wie ich das eben gemacht hab. Keine Angst, ich bandet euch auf. Keine Angst, ich bandet euch auf. Hehehe. Oh, ist das warm hier. Hier kriegt man Krebs. Ah, genau. Jetzt hörst du das natürlich. Ja komm her, du Stück Scheiße. Und diesmal treiben wir es nicht an der Garage. No. Aber der hat zuletzt so viel Spaß gemacht. Los, komm doch. Komm Hendrik, wenigstens du. Guck mal, da ist dein Vater. Oh, volle Headshot. Helden L1. Er ist in einer anderen Väter, komm. Wie hat er schon wieder welche nachspawn? Hier ist einer anderen Väter, sind das. Der hat mehrere. Wie sollte er hinaus? Ist er eigentlich ein Unendlich spawnen hier? Was? Wisst ihr eigentlich, oder? Was? Ist er eigentlich ein Unendlich spawnen hier, oder? Nein, ja. Müsst du doch einen, die fahrt doch sonst bei der Jäger, bei dem Jägerstand aussehen. Oh mein Gott. Idiot. Haha. Pfff. Scheine Fotze. Katschmann, Bandit L2 und ja, guter Headler. Hörst du mal. Müsst, komm Hendrik, wenigstens du. Einmal vom Berg runterjumpen. Ne, das Problem ist, bei dir gelingt es immer gerade so und man selber verreckt dann immer. Und, das ist wieder doppelt so lustig. Ne, ich bandagier euch auch und geb euch zur Noten aufjumpen. Wo ist denn mein Helden L2, lass mich verarschen. Komm Dorian, du Dit mach ich ganz bestimmt nicht Sag keine Muschi Dit mach ich ganz bestimmt nicht, hier find ich gut Dit und dat Dit und dat Los mach Sag keine Muschi, du Pussy Bleib doch stehen Ich verreck bei sowas immer Ich hab's jetzt 20 mal gemacht und bin ich verreckt Nö, du fahrst Nein, ich komm hier nicht raus Na jetzt aber Hendrik, wo bist du? Hier, guck mal Manu, ich pack ein Präsent für dich in den roten Feuerwehrwagen Alter Was ist das denn? Das ist ein scharfe Grammar Ich glaube Dorian, du solltest mal in mein Backpack schauen Du solltest es wirklich tun Wunderbar Die haben ganz bestimmt nicht ich da raus geholt Ach ja, ich weiß schon Warte mal, mach mal auf hier Was ist denn da? Also, der ist wieder raus Also, der ist wieder raus Am Marsch Schnell verstecken Ist was? Brauchst du die etwa noch? Brauchst du die etwa noch? Nein Okay, dann ist gut Behalte ich dich Oh man, hier sind wirklich Hier sind keine Fick mehr Fick mich mehr Warum nicht? Nur so ein Fick-Äxte Ja, im Scraper BC, du Fick-Gesicht Ja, aber da hab ich ja geguckt Da sind keine drin Ja, du hast nicht im richtigen geguckt Du Ficker Im Abschall Old Twins haben wir nichts Ja, da sind noch 8 Äxte drin Und da sind keine mehr drin Da hast du recht Ja, 9 vielleicht Oder wie Aber ich hab in dem Mülligen hier vorne geguckt Und da ist nur eine Big Jerica drin Ach, du hast ja 10.000 Hab ich ja ganz vergessen Ach stimmt ja, hier sind ja keine Reifen mehr Hab ich ganz vergessen Guck mal was drin ist Oh Mann ey Armadorian Das ist erst nicht checked ey, ohne Scheiß Wollen wir da gleich noch den Ural holen? Und dann im Gefecht Wo ist meine Snapper? Ja dachte ich ja sowieso Aber nö, du willst ja mal alles an Gib mir jetzt die M Ja, du wolltest doch eine Rutsche bauen Ja, ich wollte dich zu kurz runterjumpst Aber nö Gib mir jetzt bitte mal die Dingens Die M40 wieder Such sie doch Irgendwo hab ich den größten Schatz der Welt versteckt Ich geh jetzt schlafen Marc Marc, bist du meine Mutti? Geh doch nicht weg Wie das wohl erst mit einer A50 aussieht Du meinst echt, dich soll ich hier drüben ganz bauen? Naja, ich hab mir so... Als wenn... Nicht so weit von meiner Garage Ha, ich seh euch alle Dann baust du halt ne große Guck mal, sag ich mal cool ne Der müsst ihr aber auch hier mit hin bauen ne? Hast du... hast du... Verbandszeug dabei? Ja Gut Gut Aua, nein, warte Mit der Compat-Rolle muss das machen Auch Glatscher Guck mal cool aus Fast... Oh mein Gott, ich hab meine Tage Ich hab meine Tage Ich hab meine Tage Besser Besser Ja, mein Gott Du hast deine Muschi im Arm Ja ne Der müsst ihr aber hier mit her, boh, das fühl ich mich alleine Okay... Na gut, nicht so gut Ja! Fast! Guck mal, ich bin die Schildkröte Guck mal, ich bin die Schildkröte Guck mal, ich bin die Schildkröte Nein. Aber guck mal, hier hat das geklappt. Warte, ich muss eben Zeug einladen. Für das Stufe 1 braucht man doch hier genau die gleiche Scheiße, die man auch fürs Level 1 Haus braucht, oder? Ich hab's nicht im Arsch drin, tut mir leid. Man braucht doch auch hier 15, 25 und dann 2 und 2. Ich weiß es vielleicht noch nicht. Alter, wie die Beine abspacken. Ja, vielleicht willst du die Titten und steckst du den Ding rum. Na, ich hab Titten mal auf dem Block, ey. 0-4. 15, 25, 22. Man kann sich im Fluch hin. Der Möhrian, der bot sich erst mal sein Level 2 Haus baut, ey. Er ist ja das Coolste. Wenn... Wenn sie noch was findet, zu machen. Das müsste eigentlich... Das Level 3 Haus müsste dann eigentlich... Ähm... ...noch so'n Stockwerk drunter haben. Weil sie mit ner Treppe nach oben haben. Ja, so Bunker. Das wär so extrem geil. Hier, guck mal. Hoi. Mann, zu holen ihn ja auch. Das hätte er jetzt... Scheiße, ey. So ne Rutsche, ey. Hey, da kommt nirgendwo. Hör auf, man. Ups. Dorea, äh, Hendrik, was? Warte, ich hab dich im Visier. Oh, es leckt. Hui. Hehehe. Ich bin nicht mehr da. Komm mal gucken, ich bin weg. Ja, Mann, ja. Ey, komm mal gucken, ich bin weg. Naja, fast. Ja, deine Beine gucken noch im Sinn hoch. Tadaa. Komm noch einmal. Dann bist du dran, Hendrik. Ich muss Steine holen. Chill. Du probierst es und dann stoppst du. Wir müssen doch den Anna einmal holen. Der Little Bird verliert aus irgendeinem Grund extrem viel Sprit. Ich wusste nicht. Ja, guck mal. Jetzt bin ich... Ich muss ihn auf Öko stellen. Guck mal, jetzt bin ich fast komplett weg. Meine Scheiben sind... Warte, warte, warte. Scheiben sind alle okay im nächsten... Ja, deine Füße. Jetzt guck deine Mütze raus. Der Stein hat ne Mütze. Ja, dein Haro-Tor ist ja auch beschädigt. Ja. Wunderbar. Mach aber auf, du Spast. Hast du mich gerade Spast genannt. Jetzt verstecke ich mich im Stein. Jetzt bin ich aber weg. Jetzt bin ich aber weg. Und was hast du noch gefunden? Guck doch mal. Ey Hendrik, jetzt bin ich aber weg. Guck doch mal. Ja, ich seh dich nicht. Steh mal auf. Tada. Jetzt stirbst du. Ja. Da kannst du wirklich dran verschwinden. Geil. Nein, ich hab wieder diesen Bug, dass ich überall hingucke. Haha, er kann überall hingucken. Geil. Nein. Und was hast du noch gefunden, Robian? Kannst du mal reingucken. Warte. Wie kehrt das wieder weg? Nicht, dass du denkst, dass ich dich beklauen möchte. Ach, Schwachsinn. Das war jetzt halt schon nix. Oh Alter, wo ich die MK...